herzlich willkommen sie eure blutige ziege mit dabei ist durch der marlowe bush hallo was geht also also wir haben wir haben wir haben so ein typen von arbeit geärgert online und der jagt uns jetzt wir haben sein minecraft haus kaputt gemacht und er jagt uns jetzt also wir spielen dead by daylight das kennt man vielleicht von groen ist deswegen als bekannt geworden welchen killer haben wir er tut gerade ein ich sehe es bei mir wir müssen wir müssen entkommen und ich glaube die runde könnten wir sehr gut verkacken hier sind hier ist ein generator ich kann ich heile ein ich hole den ok ich heil gerade einen typen ich hole den typen da hinten vorsicht du sollst dich von ihnen in fern halten ich glaube der killer sieht die ich habe gerade ich habe angst ich höre ganz durch ich habe ich weiß wer der killer ist der elektrizität ich habe kackt scheiße ich lauf elektrisiert ok jetzt sind glaube ich im krankenhaus würde ich sagen ja das ist glaube ich die map für den das ist sogar wirklich die map von denen ja hier ist so ein aber jetzt so empfiehlt die warfa immer ein infiziert und marlon hat da ein paar probleme oh mein gott er kam gerade vorbei er kam gerade vorbei und ich gehe in diesen blöden schrank ich wurde elektrisiert damit sind wir langsamer aber keine ahnung was ich glaube ich weiß nicht so aber es gibt echt viele maps schon wieder bist du das bist du das vor mir ja rote ich bin voll erschrocken man ich bin nur so ein alter pädophiler ja ich hab irgendwie so oft ich hole den gleiche rote ich hole den mal kurz keiner bleibt zurück rette die rebellion rette die rebellion ich kenne die quickdam events noch nicht so gut ich habe es dem ersten mal geschafft wo selber diesen dinger da mache fließe ich habe ich muss echt aufpassen ich muss echt aufpassen ja ich kriege den generatoren an wir haben wir kommen um zu entkommen da können ist der strom wieder an dann können die tür öffnen und er muss es dabei aufhören nämlich jetzt ist du mich falls er mich kriegt ja so das ist aber erst kein kämpfer erst fairer spieler best guter spieler jetzt so eine kleine so eine kleine vorstadt klinik wo ich mal sagen wir von amerika ich kann doch schon er läuft er läuft mich selber freizukriegen aber das war dumm ich habe nicht mehr zu leben ich komme er ist so langsam dieser vorstadt kittis hängen sich immer einen haken auf weil liebste noch ich bin gerade war nicht heilig ich bin gerade gekommen jetzt hast du eine große fleischschwunde es bleibt der name ja danke ich war gerade beschlechtig lauf 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 ich hole ihn ich will auch hallo hallo hübsche lady ist schön hier im gras schon wieder elektrisiert das heißt wir können aber es ist gut dass wir können dann sehen wo er zuletzt ist es ist nur ein dummes rabenteil dann weiß ich körper noch nicht ok komm es ist besser als freilich 30 was ich auch noch mal im kanal gebracht habe einmal woher reparieren wir das zusammen ich habe schon ein bisschen auf pass bitte auf der kommt sofort her sobald du uns findet gut ich achte jetzt auf das mini spiel cocktails gibt slush wer will slush heißt wer möchte wenn wir den slush als fertig machen kriegen wir das für diese bonus mission dieser so ist kennst du ja ja kenn ich ich kenn die map nur nicht ich war nie übergebrochen das war nicht ich nicht ganz ähm ich wurde elektrisiert einer zu und man hat ab das ist die fernsehne ist ja uns da durch ich glaube schon sehen können das ist wie eine falle du hast voll die narbe auf dem rücken ja das das war damals mein porno denn jemand mit polen polen sind übel krank ich glaube ich so eine hauptbase da geht es hinüber ach so ich muss jetzt alle tasten herausfinden das video kommt gleich heute würde ich sagen als wir haben recht hier mit gravi die weg der dumme kriege er läuft aus ich heil ihn gerade hat den typen hoch es ist ja wie beschäftigen warum sehen alle so aus wie du hinter dir ich weiß dass er mehr ist oh fuck you wie sie jetzt fuck you ich glaube er ist immer noch in der märche ich habe ich habe das zugegangen was soll das ich wollte mal ausruhen ach gott wir müssen sowieso noch einen generator machen damit die luke überhaupt spawnt was habt ihr mit der hat die so psychisch krank gemacht ich bin glücklich eigentlich liegen lassen aber nein heute erst die hilfe liegt was liegt liegt acht totem zerstören ich bräuchte auch helfe komm ich an kommt so gut habe ich dich gehofft die gold du bist erst tot die hofft haben wir einen haken ich bin auch kein einziges mal am haken hauptsächlich ist das mit geräuschen also wer geräusche macht der ist am arsch bei den killer ja es gibt auch killer die interessiert sich dafür nicht weil sie nicht darauf achten ich bräuchte ich bräuchte wirklich ärztliche hilfe von jemanden ja ich habe ja kein ich bin ja auch da und ja ich wollte hier ich würde dir auch helfen ja gut dann lass uns draußen greffe ich mir draußen wo ich weiß gar nicht wie es raus geht ich bin da wo wir uns mein bus versteckt haben und was ich war da gerade ich war da bleibt da bleibt da bleibt versteckt ich weiß es elektrisiert mich sollte helfen kommen ja nein bitte ich bin mein busch er hat mich merkst du es nicht ich komme gleich an dir vorbei bist du ein wichser was machst du da ich komme an bladen ne bist du tot wo wow nein er hat mich hackenschlag nein geh weg alle herr sind in mir durch da durch dich ich bin tot er hat mich was das für ein spaß alter was ich bin tot ja ich bin tot hann am haken ich guck dir zu ich bin tot ein letztes mal er kommt ja ich glaube kleiner besser erholt ich junge kann ich krabbeln kann ich nicht er ist er hat ihn erst jungen muss überleben für die hilfe hat sich nicht selber heilen er hat irgendeine schwierigkeit dass die generatoren hart sind ich konnte gerade nur das seite tschüss schöne welt ich mochte dich da gehe ich da und können wir jetzt auch zeigen drücken weiter verlassen kann ich nicht nur noch nicht so jetzt kann ich muss das weg machen das spiel lassen bewerbung da wegen anderen kack wir machen es noch eine runde weil das spiel spaß macht letztes war nicht selber dauernd ich muss dich wieder einladen herr was so jungen sexy nicht wahr spieler einladen ich habe es auch übrigens bei meiner einen infiziert folge genommen falls sie sich stört oder so es kann jeder nehmen ja da könnte welche kaufen ist gut dass die musik wieder vorgeschlagen wird du hast da musik reingemacht ganz am ende ja ist nicht copyright aber nur kurze ausschnitte ich nehme die musik mit drei weil ich die game musik mag meistens nein ich habe ein ende für den abschluss darin gezeigt wird es ist entweder da ach so ja das habe ich weiß nicht auch aber ja nein ich bereitzte zu wenig leute drin ich habe keinen bock wir beide gegen den killer indoor indoor tour in dort jake park jake park ist da schade aus den scheiß namen verdammt ich habe eine tasche bekommen ich wollte ausrüsten ausgetrennt der killer rausgegangen jetzt können wir nicht spielen dass wir nicht zusammen in eine sitzung geschnitten es ist dämlich eine andere geht raus bitte sehr auch oder die täglich das okay bereits aber aus dem alles ich bin der schwierige der pädophile nur die helfer Wenn du die hältst, ne? Dann lass meine Taschenlampe. Nee, mach ich nicht. Der Taschenlampe ist viel zu groß und viel zu hässlich. Guckst du dir die mal an, ne? Ich zeig dich an. Wo hast du die gekauft? Bei Kick? Ich zeig dich bei den Killer ein. Der Killer ist ein alter Wichskumpel von mir. Ja. Ja. Der ist bestimmt, du bist bestimmt die erste Zielperson. Ich sterbe als erster. Ich laufe nach oben im Horrorfilm. Ich laufe nach oben im Horrorfilm. Ab drei Generatoren, ab drei Generatoren wird Luke, Luke, drei Generatoren. Oh nein, das ist die Schweinefrau, wir sind beim Zor, oder? Nein, das ist glaube ich Freddy Krüger. Ja, ich hab den Zor, sollst du sagen rum? Hier ist dieses Gebiss, diese ungebetritte Bernfalle ist hier bei mir. An so einen Typen. Oh Junge! So ein Fernsehen! Nein, das ist eine Jigsaw Kiste. Er war's. Sorry Kumpel! Jetzt ist es nicht mehr schlimm. Bist du dumm? Scheiß Asiate. Nix gegen Asiaten, aber der nervt. Okay. Äh, ich weiß wer der Killer ist. Das ist die... Schweinefotze? Nein. Ah! Das ist diese... Ja, die Map kenn ich ohne Scheiß. Eklige Schlampfotze. Ah, die Sumpffrau. Meine Taschenlampe ist jetzt gleich schon leer. Das ist scheiß Asiate. Meine Taschenlampe bringt gegen dir nichts. Was, auch ein Asiate? Nein, die eine Frau hat sich bei mir im Raum, wo ich mich umgeguckt habe. Die ist die ganze Zeit gerannt. Und er hat sich in den Strang versteckt. Und die Taschenlampe bringt... Asiate, Chefmann. Ich verkaufe einen Teppich. Ich kaufe einen Teppich. Nice. Bisschen wenig Haken in den... Nein! Oh, die hat Aufregen. Struggle. Oh, Camperin. Ne, doch nicht. Doch, Camperin. Komm her! Ja. Einmal versuch es. Junge, lass ich komme. Nichts von der. Jetzt geradeaus weiter. Nein, 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 nein. Sie kommt! Sie kommt! Nicht in den Raum, wo ich bin. Nicht in den Raum, da hat sie ein Zeichen gemacht. Keine Ahnung, was ist die Leute. Totem. Ja. Nein! Ich dachte, ich habe nicht rausgekommen. Hallo! Da ist sie ja. Nein! Wie viele Totes hat sie ihr gemacht? Nein! Sie kann sich ja... Teleportieren! Flitchen! Flitchen! Das ist sie gar nicht. Die kämpft bei mir im Raum. Ich werde sterben. Sie hat meine Kuppel erwischt. Ich bin weg. Bitte! Scheiß einfach drauf, holt mich einer! Sie hat meine Kuppel erwischt. Scheiß einfach drauf, holt mich einer, bitte! Ja, aber ich bin doch... Scheiß Käferfotze. Ich kann nicht rein. Es ist ein Selbstmord. Komm, bitte! Der Tod ist keine Zuflucht, mein Junge! Bitte! Da steht er wieder da, wenn wir das Spiel starten. Bitte! Ich sterbe gleich! Sie fällt in den Raum, Junge! Oh, du hättest rein und dann können sie mal grad aufka... Ja! Sie kämpft, das kann aufka sein. Oh, ne Küste! Ich bin gestorben, wegen euch allen, wegen der Scheiß... Wegen der Käperin, mein Junge! Wegen der Käperin! Lass einfach leften! Nein! Das machen wir nicht, Mordor! Die hat die ganze... Ey, die hat... Pops ist zu Geld nicht mehr! Pops ist zu Geld nicht mehr! Pops ist eine Kuh! Pops ist ein Mensch! Was?! Das ist nicht sie... Das ist sie aber! Das ist sie aber! Ja! Komm her! Komm her! Komm her! Ich hab dich ganz doll lieb und du bist wunderschön! Falls immer um mich runterspringen! Runterspringen! Jetzt Perks, bis du geht nicht mehr. Ich glaube, es bringt beinahe nichts. Komm, hier geht rum. Einmal im Kreis. Ja, wo bist du? Jakobär? 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 Nein, geh weg von mir. Ich hab dich ganz so lieb. Ich liebe deine Hosenkohle. Der ist so lecker. Besser als bei meiner Oma. Du läufst grad wieder zu ihr hin. Ist echt schlau. Echt verarschig. Ich darf nicht gestorben. Sie kommt. Nein, sie schreckt nicht aus. Sie hat mich. Hat sie grad ihre Finger abgelutscht? Ich glaube, ja. Ich hab die Ziege. Strugglen, strugglen. Das bringt bei Delitz. Guck mal, sie kann einfach ganz normal weiterlaufen. Nein, eigentlich wüsst du ja solitär. Wenn du jetzt verreckst, dann lass es wirklich gehen, weil ich hab keinen Bock, den stundenlang zuzugucken jetzt. Mach's einfach. Sie campt in der Nähe, das weinst du. Das ist besser als... Guck mal, diese, diese Frau, die grad in den Schrank sitzt, die saß nur in den Schrank. Lass gleich noch zu mir. Komm. Nein. Guck mal, die kämpfen doch. Guck mal, die macht, sie sitzt in den Schrank, der eine macht den Generator. Ja, lässt mir auch keine Belohnung. Aber... Spiel verlassen. Das Spiel heißt übersetzt ihr Picks tot bei Tages. Für die, die kein Englisch drin oder was. Es ist so lustig, weil es nie bei Tages nicht spielt. Dann bedankt wir uns fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn ihr cool drauf seid. Und wenn ihr euch unterstützen wollt, ein Abo von euch auch. Tschüss. Ihr Ficker. Tschüss. 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 Tschüss.